Hallo euch lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge PvP mit Zittern der LP. Und ich nehme mal wieder am frühen Morgen auf, der frühe Morgen des Donnerstags. Gucken wir mal, was wir machen. Ich hatte mir sogar zwischenzeitlich mal überlegt, auf dem Gommelserver vielleicht mich mal umzuschauen. Das Problem an dem Ding ist, der ist bungee-coded 1.8, ich komme also nicht drauf. Hatte ich mir inzwischen nicht überlegt, aber Gommel-HD wäre schön, aber das Doofe ist, dass die Gießen noch 1.8, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die deutsche Minecraft-Community in puncto 1.9 total inflexibel ist. Weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran, vielleicht auch nicht. Es ist auf jeden Fall bungee-coded 1.8, ich kann also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht drauf. Ne, das Ding ist Server Out of Date. So, heißt also, ich komme nicht drauf. Wahrscheinlich, weil er stimmt, es gab sowieso bei der 1.9 Protokolländerung, also Protokollinkompatibel ist das Ding sowieso. So, ähm, ja, Hypixel Network, wir gehen mal auf Hypixel, Hypixel, Chao Pixel, O Pixel, Baupixel, äh. So, äh, was sagt denn, äh, meine FPS heute? 42 FPS, ich hoffe mal, es läuft flüssig. Ähm. So, äh, Profile will ich jetzt nicht, äh, Collectibles will ich auch nicht, Game Menu, genau. Wir gehen in die Main Lobby, haben wir ja, äh, Quakecraft kann man auch mal wieder spielen, Paintball, Paintball, Paintball. No Booster Active, YoYo, 26 Playing. 46 Playing. Ja, man, machen wir mal, äh, Dingens hier, das ist, äh, Paintball am Morgen. Shop, haben wir eigentlich irgendwas, äh, ne, wir haben nicht genug Coins, irgendwas zu kaufen. Aber man müsste Revault haben, aber keine, der Questmaster ist immer noch coming soon. Oh, Hallöchen, die Herrschaften. Äh, der Deliveryman. Okay. Okay. Äh, äh, schnappen wir uns einfach mal 2000 XP. Naja, äh, ja, auf jeden Fall gehen wir mit der Paintball rein. Äh, äh. Frage, wen wir nehmen. Oh, da kokelen die Leute. Orange Team. So. Äh. Ich frage mich, wie die da reinkommen. Ich hab's doch kein Plan, wie mir da hochkommt, aber gut. Gut. So, ähm. Joa, waiting, weiter. Ah, jetzt geht's los. Hoffentlich like die Verbindung nicht. Ich guck mal gerade, tab, 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 wo bin ich? Äh, Achtung, ja, ich hab eigentlich relativ gut einen Ping heute. Ah, das sind schon ein bisschen Dingens. Äh, ich bin Orange. Ach, das ist die Map. Okay. Ich sollte hier entschlossen vorgehen. Ups. Ähm. Scheiße. Ähm. So. Hoffen, dass nichts schief geht. Ich würd mal sagen, nach der Runde guck ich ja mal kurz nach, ob da das stimmt, was Aufnahmen anbelangt. Ha. Die ist noch keine Explosion vor der Nase, aber trotzdem geportet. Aber immerhin schon mal einen Kill. Ist gut. Äh, schade. Ähm. Wow. Bam. Ups. Hühner. Hühner-Säpschen. Können wir ein Paintball nicht auch mit Eiern spielen? So Paintball-Milch statt mit Schneebellen und mit Eiern. Wäre auch mal eine Idee, oder? Können wir vielleicht mal einführen. Äh, ja. Äh, ja. Apps. ok wir haben gewonnen sehr schön ich guck gerade mal läuft die aufnahme sollte laufen läuft alles in buddha alles in buddha ich weiß nicht wie man auf die idee kommt da in buddha irgendwas zu haben aber nein so äh ach die map mal wieder du bist bereits in der green team ok gut gut passt schon ich will dich jetzt aufmachen block break event wird wahrscheinlich gecancelt jo war ja klar schade dass man nicht raus kann das sieht interessant aus kann man da eigentlich irgendwie hoch wenn man es richtig macht wahrscheinlich schon ne abbauen kann man den nicht da wird einfach das block break event gecancelt also gecancelt gecancelt sozusagen jetzt block break event wahrscheinlich in die kirche ähm deswegen mit cancel und so also ne egal ja ähm so ok es geht los ne einer hat gekittet deswegen ok ok es geht los ähm ok da oben so mal sehen wie viel kehrs ich heute hinkriege die grünen sind die guten natürlich ist ja klar ähm ja ok 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 schade ähm da hat der leck gerade so ein bisschen durch die Gegend ist mein Nachbar hier aber ha ha geht doch ich werde besser scheiße aha ja wo bin ich jetzt gerade gespawnt irgendwie verwirrt ich bin da drüben gespawnt wieso das denn ist ha okay hm hä komisch ich bin gerade angemessen verwirrt ich bin verwirrt äh Ah, jetzt kam auch die Explosion wieder. Ähm. Äh. Äh. So, äh. Ah, da hinten sind die Weißen, die Weißen, die Weißen. Verdammt. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Aha. Ähm. So. So, ähm, also bei mir hier in jedem Spiel läuft's recht flüssig, ich weiß nicht, wie's in der Aufnahme aussieht, verdammt, äh, aber gut, ich hoffe mal, dass es da auch flüssig läuft. Ähm, so, ähm, so, ähm, so, so, ähm, so, 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 so Was könnte ich machen? Mmh, Triple Shot. Ha! Triple Shot. Also, der läuft in ein paar Sekunden schon ab. Äh, das ist doch kacke. Äh. Schade, jetzt brauche ich jetzt erstmal wieder Kill Coins. Schade. Aber Triple Shot ist schon geil. Ey. Nerv mich jetzt nicht. Schade. Ähm. Aber, es geht schon ordentlich ab, muss ich sagen. Also, äh. Ich hab definitiv schon schlechte Runden gespielt. Okay, ist jetzt vorbei. Schade. Na gut. Ähm. Hey, das tut mir kleinen Finger schon weh. Äh, die ist vom Kopf. Ähm. So. Äh. War 5 Kills. Das ist. So. Ich guck gerade mal. Äh. Ja. Könnte eventuell leicht, äh, verleckt aussehen, die Aufnahme. Weil für mich kamen die Leute relativ flüssig durchgeschossen. Aber, naja. Ähm. 15 Minuten noch. Also, ich hoffe mal, es lag nicht so arg. Also, muss ich, ich muss eventuell vielleicht noch die Kodierung ein bisschen umstellen. Ach, sind wir hier wieder Map Hero, Brian, oder? Ne, Babyland. Schade. Aber die Lobby ist die gleiche. Ich bin voll der Lobbyismus hier. Äh, also das ist das Spiel, die, die Game-Lobby selber. Also, ja. Äh. Wobei, äh, ich, äh, schon sagen muss, ich finde es eigentlich ganz geil, dass im Prinzip jedes Spiel seine individuelle Lobby hat. Ich glaube, so, das gibt es bei Hypixel jetzt direkt, bei, bei, bei Dingens, bei Mindplex direkt jetzt nicht. Na, ich habe eigentlich relativ guten Ping. Ähm. Nö, ich schäune blau. Äh, das ist doch egal. Äh. Blue Name Blue Team. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, welcher Map Babyland ist. Wenn das die Map ist, an die ich gerade denke, dann könnte das gut sein. Oh, da hinten Nyan Cat geht gerade auf. Könnten vielleicht mal noch so zwei, drei Spieler kommen. So, ähm, ja. Schade, kann man nicht abbauen? Och, Mann, will abbauen. Ich weiß, ich baue hier voll ab. Kann man das eigentlich abbauen? War das irgendwas zur Folge? Schade. Man kann es ja mal probieren. Ähm. Ähm. Waiting, Leute, mach doch mal. Und es wird Nacht. Na gut, Nacht um halbe acht, wobei es eher viertel nach zehn ist. Ähm, also morgens. Nicht abends. Ja, Hallöchen, Leute. Genau, Blue Name Blue Team. Was kein blauen Namen. Ah, geht gleich los. Sehr schön. Das ist ziemlich düster. Ähm, und ab die Post. Ja, das ist die. Aha, da ist einer in der Luft. Oh, ähm. Oh, ähm. Ah, der hat mich gleich weggefrackt. Äh, ich glaube, ich gehe da mal hoch. Und dann ab hier rüber. Verdammt. Dann gehe ich halt da lang. Dann gehe ich halt da lang, wenn ihr das nicht wollt. Ey. Ähm. Aber ich habe immerhin schon mal einen Kill. Das ist schon, äh, gut. Ähm. So, was sagt denn der da unten? Da unten ist ein blauer. Gucken wir mal, ob ich den irgendwie kriege. Schade. Ich habe definitiv zu wenig Schneebölle. Schade. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder Muni. Äh, Munition. Warte, wo kam der denn her? Wo war dieser fucking blaue? Ah, da drüben. Schon wieder? Alter! Willst du mich verscheißern? Genau. Gut. Einen weggesnackt, äh, und dann direkt vom Nächsten mitgenommen. Ähm. Schade. Okay. Ähm. Schade. Gut, jetzt brauchen wir wahrscheinlich die blauen Nächsten wieder ein bisschen, bis sie hier oben sind. Ähm. Schade. Direkt zweimal hintereinander, Leute, weggesnackt. Verdammt. Verdammt. Okay, der ist schon weg. Und ich habe ihn auch weggefragt. What? Hier. Ich glaube, das gibt wieder eine Kills-Eskalation. Ähm. Ähm. Okay. Eskalation. Ähm. Kills acht. Noch ein, zwei Kills. Oh. Ja. Okay. Ich bin jetzt hier der Babo hier. Alter. Ey. Eskalation. Puh. Verdammt. Ähm. Scheiße. Scheiße. Ähm. Jetzt ist er weg. Ähm. Aber alter Fuck, ey. Was ist das? Das ist das Rambo-Ohr. Schade. Ähm. Zwölf Kills. Schade. Alter Fuck. Wie geil ist das denn? Scheiße. Äh. Alter Belly. Äh. Alter. Alter. Kass. Äh. Alter. Wie krass. Ich hätte vielleicht meine Kill-Cains mal einsetzen sollen. Aber alter. Zwölf Kills. Äh. 160 Kills. Und Schluss. Es läuft. Definitiv. Gut. Oh fuck. Ey. Kills 70. Ey. Alter. Fynnig. Ich raste so fynnig aus. Oh. Alter. Ich bin so fast schon fertig gerade. Ähm. Ich würde mal sagen. Ähm. Ich verpack. Ich pack einfach mal. Nicht wieder mal in meinen Heißluftballon. Und dampf dann ab. Keine Ahnung was das jetzt für eine Musik war. Aber egal. Ähm. So. Hallöchen. Da steht noch einer auf meinem Duftschiff dabei. So. Ähm. Ich würde mal sagen. Ich mache mich jetzt mal wieder. Äh. So langsam. Äh. Vom Acker. Ich gehe. Also ja. Ich gehe jetzt mal wieder. Oh. Ich bin immer noch total geflasht von den Massenhand-Kills, die ich heute gemacht habe. Ähm. Ich hoffe mal, die Aufnahme läuft relativ lagfrei. Äh. Manchmal. Ich kann es ja mal gerade gucken. Ja. Ja. Geht so. Geht so. Geht so. Also zumindest die Vorschau sieht relativ lagfrei aus. Ich weiß nicht, wie die Aufnahme aussieht. Ich hoffe, dass es funktioniert. Sonst. Äh. Bisschen doof. Ja. Gut. Also. Auf jeden Fall. Wir spielen das nächste. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Und. Ciao. Ich bin gerade völlig fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier hinkriege. Also diese Map ist echt prädestiniert dafür, die Leute wegzusnacken. Irgendwie. Also irgendwie ist die Map gut für mich. Also. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye bye. Bis dahin. Und. Tschüssikowski. Ich dampfe ab. Der will doch nur spielen. Aber das war heute mal ein geiles Spiel. Tschüss. Bis dann. Zum nächsten Mal. Bye bye.